Vor einem Jahr war Europawahl. 200.000 Menschen haben ihre Stimme der Piratenpartei gegeben und damit mich ins Europäische Parlament gewählt. Ganz herzlichen Dank nochmal für euer Vertrauen. Seit einem Jahr trete ich jetzt als digitaler Freiheitskämpfer in Brüssel für eure Rechte ein. Und zusammen mit drei weiteren neu gewählten Europaabgeordneten der tschechischen Piratenpartei bilden wir ein schlagkräftiges Piratenteam und arbeiten zusammen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter dem Dach der grünen EVA-Fraktion im Europäischen Parlament mit. Allein in meinem ersten Jahr habe ich dubiose EU-Kommissarinnen und Kommissare mit finanziellen Verstrickungen mit verhindern können. Ich kämpfe gegen Internetzensur unter dem Deckmantel des Antiterrorkampfes. Wir Piraten haben einen Parlamentsbeschluss zu freier Software erreicht. Wir arbeiten an einer Kampagne gegen Massenüberwachung mithilfe von Gesichtserkennung. Es lohnt sich also jeden Tag, dass ihr uns Piraten eure Stimme anvertraut habt. Bitte unterstützt unsere Arbeit weiterhin, indem ihr mir folgt, indem ihr unsere Infos weiterverbreitet, indem ihr euch auch aktiv einbringt und politisch selbst aktiv werdet. Ich freue mich auf das nächste Jahr im Einsatz für unsere Menschenrechte mit eurer Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.